Der Start in eine neue Unternehmensstrategie kann natürlich nicht so wie hier dem Glück überlassen werden, sondern muss mit Herz und Hausverstand geplant werden. Denn Erfolg hängt vor allem davon ab, dass alle Mitarbeiter hinter der Veränderung stehen, sie mittragen und aktiv leben. Für BILA heißt das, 19.000 Mitarbeiter zu überzeugen und zu begeistern. Eine große Herausforderung, vor allem für unsere interne Kommunikation. Und so war der Kick-Off in unsere neue Strategie ein ganz besonderer Event an zwei Tagen. 1.600 Teilnehmer, darunter alle unsere über 1.000 Marktmanagers aus ganz Österreich, erlebten die neue Strategie in einem Parcours aus 14 spannenden Stationen mit viel Interaktion und direktem Feedback. So wurde die Strategie weiterentwickelt und alle Teilnehmer wurden zu aktiven Strategiebotschaftern. An den BILA-Days ist der Funken übergesprungen und seitdem verbreitet sich die neue Strategie wie ein Lauffeuer unter allen unseren Mitarbeitern und wird bereits erfolgreich gelebt und umgesetzt.